Hallihallo und herzlich willkommen bei einem Vorstellungsvideo zu meinem Server. Ja, ich hatte ja vorher einen Hexitserver, aber leider war alles ein bisschen überlastet und die Plugins gingen irgendwie nicht. Also habe ich eine kurze Umfrage bei Skype gemacht und die meisten haben für Pixelmon abgestimmt. Und also habe ich das auch natürlich jetzt drauf getan. Das eine ist, Pixelmon überlastet den Server nicht und zweitens, ja, es braucht irgendwie keine Plugins, das ist es gut. Und hier dürft ihr natürlich kostenfrei, ja, sehr gut, einfach, hier dürft ihr natürlich mitmachen. Wir werden immer wieder Pokémon Turniere machen, also Pokémon Liga und sonst Sachen. Und es ist freies Bilden, also freies Bauen und ja, PvP ist natürlich an, aber bitte greift keine Leute mit Schwerter oder mit anderen Waffen an, sondern nur mit Pokémons, also mit einem Pokéball zum Trainer herausfordern. Und griefen, ähm, töten, alles mögliche, was so illegal ist, ist bei uns natürlich auch verboten und wird natürlich sehr stark bestraft. Also, ja, wie man sagt, ähm, nein, das holten wir überhaupt nicht auf dem Server und wir werden einfach euch verwarnen und sobald ihr es zweite Mal macht, werden wir langsam Strafen machen. Also, ähm, weiteres dann in einem nächsten Video. Ich danke fürs Zuschauen und wenn ihr Fragen habt zum Installieren, die dürft ihr gerne unten hinschreiben, dann zeige ich euch, wie man es installiert. Okay, danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.